Anfang August gab es wieder einen Leak zum insgesamt neunten Gameplay-Pack, bei dem das Pack-Icon auf einem offiziellen EA-Screenshot gelegt wurde. In diesem Video möchte ich das mögliche Thema des Packs diskutieren und einige Community-Vermutungen für euch zusammenfassen. Für alle, die das Icon noch nicht kennen, hier ist es nochmal in einer hohen Auflösung. Aber auch wenn man hier nicht eindeutig erkennen kann, was für ein Thema hinter dem Symbol mit dem Haus, dem Berg und den drei Kreisen steckt, haben viele Simmer aus der Community wilde Vermutungen zu diesem Icon angestellt. Im offiziellen Forum gibt es ebenfalls einen Eintrag, der sich mit verschiedenen Theorien zum Icon beschäftigt. Die Userin Onverseer beispielsweise sieht in diesem Icon eine winterliche Landschaft mit einer kleinen Skihütte, einem Berg und die Kreise quasi als Andeutung für Schnee. Als ich das Symbol zum ersten Mal gesehen habe, war ich ähnlicher Meinung, ich habe ebenfalls an eine Winterlandschaft mit eisigen Temperaturen und neuen Winteraktivitäten gedacht. Diese Theorie würde ebenfalls zur im Januar veröffentlichten Umfrage passen, welche die Community nach ihren liebsten Winteraktivitäten gefragt hat. Auf der anderen Seite stelle ich mir aber eine Frage, die diese Theorie etwas unplausibel wirken lässt. Warum sollten die Entwickler ein so komplexes Icon für ein so eindeutiges Thema wählen? Eine Schneeflocke oder Schlitten würde viel präziser und einfacher dieses Thema darstellen. Auch da die Entwickler für die Icons meistens nur ein Objekt benutzen. Hier kommt eine andere Theorie ins Spiel. Der Simmer Elias Versace sieht in diesem Symbol die Welt Batuu aus Star Wars. Wenn man dieses Bild von der offiziellen Website mit dem Symbol vergleicht, fallen auch hier durchaus Parallelen auf. Der Berg und das Gebäude links sehen sich recht ähnlich, außer dem Kreis Batuu um drei Sonnen, welche ebenfalls die drei Kreise erklären würden. Außerdem gab es in der Vergangenheit schon einige Star Wars-Inhalte in The Sims 4, weshalb diese Theorie für mich auch nicht unbedingt unrealistisch ist. Ich persönlich wünsche mir absolut keine weiteren Star Wars-Inhalte im Spiel, da diese meiner Meinung nach überhaupt nicht zu den Sims passen. Allerdings gibt es bestimmt einige Fans, die sich über solche Inhalte freuen würden. Auch die Gestaltung des Symbols macht hier Sinn, ein Star Wars-Thema auf einem Symbol darzustellen ist sonst relativ schwierig. Mir würde hier keine gute Alternative einfallen. Manche Spieler sehen hier aber auch eine Mondlandschaft mit den verschiedenen Planeten im Hintergrund, meiner Meinung nach theoretisch auch möglich. Hier würde sich nur die Frage stellen, was die kleine Hütte hier auf der Mondoberfläche zu suchen hat und ob man einen Mond nicht auch einfacher darstellen könnte. Die Sims auf den Mond zu schicken und dort Abenteuer erleben zu lassen, klingt für mich auch ganz lustig. Allerdings wäre das ein Feature, welches sich vermutlich ähnlich zu Wellness-Tag ein- oder zweimal nutzen und dann ignorieren würde. Was genau das Symbol darstellt, ist immer noch schwer zu sagen. Welche der Theorien klingt für euch am plausibelsten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video. Also dann, bis zum nächsten Video.